Eintracht Braunschweig sichert sich im Abendspiel der 2. Bundesliga die ersten Tore und vor allem den ersten Punkt in der neuen Saison. Das Spiel ist sehr, sehr ausgeglichen auf beiden Seiten. Ballbesitzmäßig Düsseldorf, was heißt deutlich, aber schon etwas mehr überlegen muss man sagen. Auch was die Pässe angeht, sieht man ganz klar, dass Düsseldorf da etwas die Oberhand hatte. Nichtsdestotrotz in der ersten Halbzeit ist leider nicht so viel passiert, auch 0 zu 0 in die Pause gegangen. Und in der zweiten Halbzeit zwischen der 50. und der 72. Minute ist richtig was abgegangen, muss man sagen. Braunschweig geht in Führung durch Robin Krause in der 56. Minute. Nur 5 Minuten später gleicht Düsseldorf durch Nikolas Gavori aus in der 61. Wieder 8 Minuten später Anton Donkor, 69. Minute für Braunschweig, Wiederführung für Braunschweig. Und dann wieder nur 2 Minuten später in der 71. Marcel Sobotka mit dem 2 zu 2. Also Braunschweig kann einem schon ein bisschen leid tun. Die erkämpfen sich zweimal die Führung und dann am Ende spielt man dann doch noch unentschieden. Trotzdem würde ich sagen, es ist eine deutliche Steigerung, vor allem zur letzten Woche. Und es ist natürlich bitter gelaufen für Braunschweig, dass da jetzt nur ein Punkt bei rumgekommen ist. Aber am Ende denke ich, dass das leistungsgerecht ist und dass beide Mannschaften den Punkt verdient haben. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.